hallo und herzlich willkommen zu einem neuen display und zwar super mario maker 2 online ganz wichtig online ich würde gerne dieses display starten mit dem hintergrund ab und zu sollte ich mal lust haben ein bisschen mario maker 2 spielen zu können online einfach bei level je nachdem was mir gefällt oder level die ihr mir vorgeschlagen habt ihr findet dafür auch in der video beschreibung wieder ein formular da können ja ein level einsenden ich werde es dementsprechend dann spielen im endeffekt war es das aber auch schon wieder hier kann ich locken machen auf diesen controller ja ich habe nicht sehr viel dazu zu sagen außer es ist ein weiteres projekt und wir sterben hier im titel bildschirm what the fuck ein weiteres projekt das community bezogen sein soll das heißt wie schon gesagt ich gehe auf eure wünsche ein ich werde das tun was ihr gerne möchtet die level spielen die ihr mir vorschlagt ob es eure eigenen sind oder andere das könnt ihr im formular dann auch mal angeben einfach unten in der video beschreibung auf den link klicken und die level id eingeben und die anderen paar fragen setzen wo sie gebraucht werden ja dementsprechend glaube ich würde ich vorschlagen endlich mal anzufangen einfach mal so kurz noch der abenteuer modus wenn ihr möchtet spiele ich den auch allerdings in einen separaten let's play in einer sehr beraten playlist ja ja wenn ich t oder also könnte ich definitiv tun könnte ich definitiv anfangen allerdings werde ich in diesem online display level aus aller welt spielen neue mitteilungen was haben wir denn haben wir etwas wichtiges ninja speed ones ja 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 gut also drei die haben wir ja schon eigenschaften ja toll nein errungenschaften ich habe keine errungenschaften nicht dass ich wüsste ja okay also gut benetzte spielen ich weiß nicht ob ich mich das je antun möchte wenn ich ehrlich sein soll ich glaube das würde ich lassen ganz ehrlich ernst definitiv werde ich das lassen ja ich werde es lassen das ist mehr als seiten ihr wollt ist dann werde ich vielleicht einmal machen aber das war es dann schon wieder weil die verbindung da also die art und weise wie verbunden wird ist beknackt ninja speed ones vielleicht werde ich bestimmt auch mal tun achten mich mal reinschauen baumeister ranglisten da gibt es auch sau tolle und viele level die man anschauen könnten sonst was hätte ich zu sagen naja im prinzip passt das im großen und ganzen ich werde allerdings noch einen kurzen cut machen denn auf meinem fernseher ist noch eine kleinigkeit noch nicht perfekt eingestellt und das muss ich noch ändern also alles klar leute wir können beginnen ja ich wollte ein volles bild haben super welten könnte mir genauso gerne die sind wir haben eigentlich sind wirklich nicht begrenzt auf irgendetwas ich würde auch gerne ab und zu mal etwas größere gute super welten spielen die viel vielfalt bringen dazu werde ich ebenfalls ein formular unten verlinken allerdings werde ich diese tatsächlich jeweils in einem separaten let's play behandeln also einen separaten playlist da diese mehr oder weniger ein separates spiel bieten drum meine ich ja auch nicht die kürzesten damit sich's lohnt weil wenn ich was spiele dann würde ich gerne größere tier auch eine vielfalt bieten da gibt es hundertprozentig gute ich weiß gar nicht kann ja mal kurz einspitzen da werden wir wieder irgend das machen vorgeschlagen also man kann ja nach it suchen hier sagt mir einfach mal bei dies sendet sie ein sendet ein ob es eure welten sind ob es andere welten sind von anderen leuten die euch aber super gefallen und ihr gespielt habt ach naja einfach mal wissen lassen was ihr denn so empfehlen würdet mir so in das herausforderung ne danke level suchen ich würde heute tatsächlich mal zwischendurch einfach mal so weil es der erste part ist in die stadt rangliste schauen oder stadt rangliste ist es nicht mehr in die vielversprechend liste hat sich da ja toll oder vielleicht auch doch lieber beliebt ich weiß noch nicht oder neu naja neu da ist immer so arg schicht da ist mir dazu sehr viel edition level das will ich spielen das muss ich jetzt mal spielen einfach so hoffe ich komme jetzt aktuell mit der steuerung hier klar aber ich glaube noch nicht ich glaube ich muss wieder meinen joycons auf diesen komischen ding sie tun ja ich muss das tun das hat so keinen sinn erster fail ich muss das jetzt ändern was zum teufel was ist denn das für ein pilz okay das ist natürlich schon mal mega beknackt entschuldigt leute was zum teufel daran kommt die gute firania pfanzer raus wenn man drüber ist was tat es sie auch noch noch nicht aber wenigstens ist der mist hier recht schön langsam ja okay ich sehe schon es wird schwer ich bin auch nicht der beste spieler hier drin nur dass der bescheid ist ja okay ich bin schon still ne ich habe nicht meine ahnung hey wie auf pause drücken soll ich muss mal ganz kurz die joycon hier wieder zurück dingsen hallo pause ah danke das bringt es jetzt abfluss ich sterbe eh gleich wieder ich muss mal kurz meine joycons wieder ändern so bringt mir das nichts ich habe doch logout gemacht so alles klar das tun wir weg das ist hierfür weniger hilfreich da komme ich nicht klar hier komme ich klar hierbei wenn ich das getan habe komme ich klar okay leute wir können beginnen ja das fühlt sich doch schon viel besser an die wenn die so in der luft sind okay dann werde ich auch gleich viel besser spielen können was zum teufel hallo hallo wieso springst du nicht im ernst der ist jetzt nicht gesprungen und er ist jetzt auch verzögert ich weiß ob das gut ist ich merke schon es ist definitiv nichts für mich dass ich weit weg vom bildschirm bin auch wenn ich eigentlich alles sehen wird und so gestochen scharf so habe ich das noch nie gesehen in cool hd wenn das nicht wenn das auch nur hd ist die wand an okay ich gehe oben rum vielleicht ist das gescheitere idee weil es ist ja immerhin nicht das erste mal die mario maker 2 spiel oder new super mario pursue aber oder irgendeine super mario es ist definitiv hier gerade einfach nur weil ich seit gefühlt im halben ja nicht mehr gespielt habe wahrscheinlich so zack zack ja oben rum ist deutlich besser definitiv aber ich mag das level auch wenn es hier tatsächlich jetzt so richtig also verdammte kacke fehlartig zugeht warum sieht eigentlich mein mein controller dingsi bumsi so verbraucht aus obwohl es überhaupt nicht so ist ja klar wenn man nicht drauf spielen kann ich würde gerne das ganze beenden und nochmal machen seit zehn minuten ähm bin ich hier dabei das ganze zu starten und anscheinend abends ein und demselben level tätig warte fuck wapala ja ist doch ist doch also so ein betrug heute das passt so überhaupt nicht zum ersten level äh zum ersten start ein level das mir auch noch gefällt und ich es gerne spiele spielen würde ich gebe auf ja also das ist jetzt so dämlich so so deprimierend dass ich am allerliebsten wirklich das ganze hallo ich höre gleich auf gell also so ja komm weg da ok äh 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 so jetzt warten wir bis das feuer endlich da war oder ich spring einfach drüber und ich will auch hier einfach drüber wa zum fuck ich hätte nicht runterspringen sollen ich hätte warten sollen auf' das was das roiling macht Bloß wie es halt immer so ist Man möchte nicht Also ich möchte leider Gottes nicht Dass ich für irgendwas zu lang brauche Oh Wir haben es geschafft, dass die Kanonen Nicht abfeuern, es feuern sie ab Und auch noch in die falsche Richtung Also andeutig in die Richtung, in der ich es nicht gebrauchen kann So Wapala, Gott sei Dank Lass mich mal in Ruhe, bitte What the fuck Naja gut, da muss man natürlich dann nochmal kurz schauen Ich weiß auf jeden Fall, wie sich das Skulling bewegt Es ist halt trotzdem, man muss halt Also die scheiß Pflanze da wieder Also ich hab Leute, Leute, Leute So schlecht läuft es normalerweise auch wieder nicht Ich mein, ich weiß, ich kann jetzt viel behaupten Aber es ist so Was zum Teifel, ich will abbrechen Ich breche am besten ab Es hat doch keinen Sinn und Zweck Es hat doch keinen Sinn und Zweck Alles Gott, die Welt ist scheiße Ja, ja, das ist sie Wow, der fuck Kannst du bitte aufhören? Nein Oh, fuck doch die Wand an Ich wollte mich retten und da oben sind Blöcke, die erst kaputt gemacht werden Müssen Wer hat sich dann das ausgedacht? Das Level ist scheiße Ja, so schnell geht's Zack 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 Lasst mich doch jetzt bitte durch Danke Aber jetzt schaffen wir die ganze Thematik Einfach weil ich es weiß Ich hätte nur gern gleich nachher ein Checkpoint Weil ich so schlecht bin Und das Problem an deinem ganzen Level ist Dass es Scrolling ist Bin ich hier eigentlich sicher? Zack Die Wand an! Ich wollte mich nur retten Und schau nicht nach oben Ich hatte halt Angst Kann man das nicht verstehen? Ah, fick dich doch, du scheiß Piranha-Pflanze Was fällt denn dir ein? Hier Das gibt's ja wohl nicht Okay, also jetzt ist es aus, ne? Aus! Es ist alles aus, aus Und vorbei Aus, aus Und vorbei Da bin ich ein Donkey Kong Country It turns besser Außen mal besser Wie den schmarrn jetzt hier Also das ist ja Zerwoller Wie klopft der Zeug da, hä? Scrolling Scrolling Ja, es ist Scrolling Das kann auch hier der Punkt sein Warum so nervig ist Ey, lass mich in Ruhe Du Mistvogel Es klappt ja wohl selber, ne? Dass du jetzt auch noch hast Dass ich Dass ich dir jetzt auch noch irgendwann schon machen erlaube Oh, cool Verdammte Kacke Was soll man denn? Es ist ja wohl in zu fassen Es ist ja wohl nicht so Und da ist ein Checkpoint Ich dreh durch Ich dreh durch Ich dreh durch Ich dreh durch Okay, der Titel des ersten Parts Wird definitiv nicht Willst du mich verarschen? Warum lagst du manchmal so, du Scheiß-Controller? Er laggt Und das ist Nein, ich drücke und ab Jetzt wieder Er passt Er macht nichts Ich drücke Und es passiert nichts Was soll der Scheiß? Hier, ich drücke Jetzt geht's wieder Ich hab manchmal das Gefühl Er mag mich nicht Ich drücke und er macht nicht Jetzt, bitte Ich kann drücken So viel ich will Ich konnte gerade drücken Bitte Es ist übelst verzögert Was ist denn hier los? Warum tut er das? Ich kann hier mit dem Teil nicht spielen Mit diesem Controller anscheinend Spiele ich mal mit die oberen zwei Knöpfe So Jetzt hätte ich dich gerne Komm Beeil dich Beeilung Hey Spreng mal alles frei, bitte So Aus Wow Checkpoint Danke Ach du Scheiße Verdammte Kacke Was sollte das jetzt dann schon wieder? Ich hab das doch Naja Also gut, Leute Das ist nicht gut Was ist denn jetzt kaputt? Warum machst du einen Spin-Champ Wenn ich da nichts drücke? Okay Also ich mach nimmer Jetzt springst du ja wieder nimmer Ah Okay Ich schmeiß das Stick zum Fenster raus Das ist jetzt hier gleich auch der letzte Part von dir Hallo Wenn ich da auf dir rumhupf Na Wenigst du magst du am Anspruch? Den magst du ja Den musst du ja nicht machen Weil da ist eh zu spät Genau Mehr wollte ich gar nicht Wow Wow Verdammte Scheiße Okay Leute Das ist nicht witzig Ich würde jetzt verstehen Wenn die Aufrufzahl dieses Videos so Die Dreck Das ist also richtig beschissen ist Ich könnte es verstehen Also Von mir aus könnte abschalten Ich drück doch Du verdammte Scheiße Das gibt's doch nicht Sorry Entschuldigt Für diese ganze Ausrasterei Ich drück doch Du Scheiße Okay Mit dem Ding passt hier echt was nicht Also mit dem Ding passt hier echt was überhaupt nicht Ich drück jetzt mal wieder mit die anderen zwei Ja natürlich Natürlich War ich zu früh Ich muss natürlich länger warten Wer denkt sich denn die Scheiße aus Okay von mir aus Was ist das denn schon wieder Okay Leute Übelste Probleme Controller macht sich selbstständig Hallo Jetzt ist er hat er wieder Hallo Wieder nichts getan So Wird gern hier Das ist schön von dir Achso da passiert Ich wollte sagen Da passiert gar nichts Ah Gerichtes Level noch vormittag essen Durch ja natürlich Also Welche den Pixel jetzt Welche den Pixel Ich schnall es nicht Ich schnall es hier nicht Was macht denn mein Controller Was ich Was macht er nicht Was ich will Oder was mach ich falsch Fack die Wand an Ach Fickt euch Fickt euch alle in die Wand Leute Das gibt's nicht Es hätte auch Ein besserer erster Part Werden können So viel zum Thema Also Nein Leute Also Hier passt was nicht Hier passt echt was nicht Aggro Ich werde aggro Ich werde langsam Jetzt mach doch Jetzt Jetzt wollte er wieder Nicht Nicht am Sprung Erlebnis teilnehmen Er hat Anwandlungen Das ist nicht sehr Was zum Teufel Wirst du Dich habe ich doch nicht In meinem Leben gesehen Sag mal 3.0 War doch die allerletzte Große Version Verdammt nochmal Das war doch die allerletzte Große Große Das große Feature Update Das letzte große Feature Update Ja mach doch Du Mistvogel Ich muss mal wieder ein Software Update machen Für meine Joycons Vielleicht hilft das Als ich das gehört habe Das erste Mal habe ich gedacht Ja gut von mir aus Man kann ja für alles mittlerweile Ein Update machen Was zum Teufel Ich habe überhaupt Ach du scheißvieh Du scheißarschvieh Ich gehe gleich Ich gehe gleich in die Decke Also gut Spring doch Was ist denn mit dir los Alter Was ist denn mit dir los Was tust du Was tust du Du Mist Elendliches Du Mist Fähig So Ja freilich Was soll das denn Was Ich habe das doch geschafft Ich habe ihn doch Natürlich Okay Das Level ist bald vorbei Gott sei Dank Weil mein Akku vom Laptop Ist schon wieder bald leer Okay Leute Jetzt war es Jetzt war es Das war der letzte Part Mario Mario Maker 2 So verdammt Ja Ich Nein Das ist das Ende Fick Die wandern Okay Ich finde die Idee ja ganz gut Ich finde das ganze Level eigentlich nicht schlecht Bloß anscheinend bin ich Nein Leute Das sagt nichts Ich weiß dass da ein Pfeil ist Aber was macht man In Mario Level Man schaut Zuerst in allem anderen Da wo der Pfeil nicht zeigt Verdammte Kacke Bringt ihr euch jetzt alleine um Oder Was Packt die Wandern Okay nein Das Level beende ich hiermit Ich werde es nicht beenden Das Let's Play ist zu Ende Wir sehen uns auf jeden Fall Ich meine das Level selber ist ganz okay Aber Das ist jetzt Das ist aus Aus Alles aus Und vorbei Sorry Leute Also gut Ich weiß nicht ob ich diesen Part hochladen werde Ich werde ihn wahrscheinlich hochladen Ich weiß aber nicht Wie ich weiter 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 machen soll Wie sehe ich denn aus Was habe ich denn für eine komische Brille Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Okay Leute Das Ende von Mario Maker 2 Das Online Das Let's Play ist zu Ende Alle Level 1 Sendungen Ich hätte mich sehr Ich hätte mich sehr darauf gefreut Und wollte eigentlich das auch so eine Art endlos machen Weil es gibt hier viele Möglichkeiten Ab und zu einfach einmal ein Part gebracht Wenn man dann Wenn ich mal Lust gehabt hätte Aber nein Leute Ich glaube das kann ich nicht Ich glaube das wird hier nichts Es tut mir leid Das ist also So Super Mega Ähm Bescheuert Sollt ihr anderer Meinung sein Und das sehen wollen Sagt Bescheid Aber ich weiß nicht Ob ich mir das antun wollen würde Vielleicht alle 4 Jahre mal ein Part Darüber könnten wir reden Das sehen wir dann aber auf jeden Fall noch Ne sorry Also Das heute war irgendwie Also richtig Ja Über ein Offline Let's Play Werde ich nachdenken Quasi über Vernetzte Spielen Nein Nicht verletzt Ach komm Also über einen Abenteuermodus Ne Über einen Abenteuermodus Darüber können wir mal reden Über einen Abenteuermodus Yamuras Yamamuras Dushu Oh Mitteilungen Komm ich auch hier irgendwie in den Hauptmenü Danke Also in Haupt Im Titelbudget Okay Also Viele Dank fürs Anziehen Daumen Naja Nach oben Oder nach unten Nach unten sollte es Ich weiß gar nicht was ich sagen soll Gib keinen Daumen nach oben Bitte gib keinen Daumen nach oben Am besten auch kein nach unten Ignoriert dieses Part einfach Schaut ihn euch nicht an Ignoriert denn es ist zu Ende Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal